Hallo liebe Kinder, wir müssen heute hier mit Abstand stehen, aufgrund natürlich der speziellen Situation, in der wir alle sind, aber wir haben uns natürlich trotzdem ein tolles Experiment mitgebracht. Und dieses Experiment kommt eigentlich von euch. Wir haben nämlich eine Mail von einem jungen Forscher bekommen, der hier im wunderschönen Kurpark in Bad Mergentheim war. Und da steht hier ein Kugelpendel, ein sogenannter Newtonpendel. Und er hat uns die Frage gestellt, wie denn es funktioniert, dieser Mechanismus mit den schwingenden Kugeln. Und Janikon, willst du uns das Wort erklären? Das mache ich gerne, Iris. Wir haben uns gefreut, dass der Junge dieses Bild geschickt hat. Und dann haben wir heute auch den Versuch dazu. Ist eigentlich ganz einfach. Wir sind gespannt. Ja, lass uns loslegen. Hallo, ich bin's, das Maskottchen. Mal schauen, welches Experiment sich die Jugendtechnikschule diese Woche überlegt hat. Bist du auch so gespannt? Dann komm doch einfach mit. Für das heutige Experiment brauchst du 5 bis 7 gleich große Murmeln, ein Radiergummi und zwei große Lineale. So, als erstes benimmst du die 2 Lineale, die legst du dir im Abstand von ungefähr 1 cm, es kommt darauf an, wie groß deine Murmel ist, hin. Dann nimmst du so 7 Murmeln und legst sie in die Mitte oder zwischen die 2 Lineale. Als Stopper nimmst du dir zum Beispiel ein Radiergummi. Jetzt nimmst du die letzte Murmel aus der Reihe und stößt damit die anderen Murmeln an. So, was ist passiert? Hast du denn schon eine Idee? Ja, genau. Die vorderste Murmel hat sich in Bewegung gesetzt. Die anderen Murmeln sind an der Stelle liegen geblieben. Warum ist das so? Durch den Stoß der letzten Murmel wird ein Impuls und Energie auf die Murmeln übertragen. Diese geben sie Reihung weiter. Die vorderste Murmel kann den Impuls nicht mehr weitergeben und wird deshalb in Bewegung gesetzt und rollt davon. Ach so, jetzt habe ich es auch verstanden. Setze ich die erste Kugel in Bewegung und gebe ihr einen Stoß. Dann gibt die erste Kugel den Stoß in Form von einem Impuls an die zweite Kugel weiter. Die zweite Kugel gibt den Stoß dann an die nächste Kugel über. Und so geht das weiter, bis der Stoß an der letzten Kugel angekommen ist. Die letzte Kugel hat ja keine Nachbarn mehr, an welchen sie den Impuls weitergeben kann. Und daher führt sie den Stoß einfach selbst aus und rollt weg. Das nennt man auch den Impuls-Erhaltungssatz. So, und weil unser heutiges Experiment ein ganz kurzes Experiment war, zeige ich euch auch noch, wie du dies selber basteln kannst, weil nicht jeder hat zwei Lineale zu Hause. Dafür nimmst du einfach ein Blatt Papier, zwei Strohhelmchen und Kleber, Flüssigkleber am besten. Du machst eine Spur von dem Flüssigkleber, klebst das Lineal darauf und dann nimmst du dir deine Murmel. Da kann man jetzt gar nicht sagen, welcher Abstand zu dem nächsten Strohhelmchen sein muss, weil jede Murmel ist etwas unterschiedlich von der Größe. Und dann machst du noch etwas Kleber unter das zweite Strohhelmchen und fertig ist deine kleine Murmelbahn. Jetzt lässt du es noch trocknen und dann funktioniert es genauso, wie wir gerade eben mit den Linealen gemacht haben. Du nimmst deine Murmel, legst sie in die Mitte der Röhrchen und schon hat sich die erste Murmel in Bewegung gesetzt. So, ja, ich glaube, wir haben jetzt die Frage von unseren Jungforscher geklärt. Mir ist jetzt aber noch etwas eingefallen. Was passiert denn, wenn ich jetzt zwei Kugeln hochnehme und gleichzeitig sozusagen in die Abwärtsbewegung brille? Ja, Iris, das ist, glaube ich, eine Frage für unsere Forscher und wir sind gespannt, wer es ausprobieren möchte und ausprobieren kann und schickt uns doch einfach wieder ein Video oder erzählt uns, was passiert, wenn man zwei Kugeln gleichzeitig anschubst. Wir sind gespannt. Genau. Viel Spaß beim Experimentieren. Tschüss. 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 도